Hallo Leute, willkommen zu Super Mario Advance 4 und mein Bein ist verdammt nochmal eingeschlafen, oh scheiße. Also, ich hab gerade Super Mario Advance 2, äh Super Mario Advance 2 gespielt, um zu gucken, ob ich die Skills noch habe, wenn ich die Skills nennen darf. Ähm, ja. Oh, so eine Kacke. Ich versteh, ich muss das, also meine, also ich muss meine Tastatur, also meine Skills irgendwie anpassen an die Scheiße, oh scheiße. Okay, irgendwie noch geschafft. Ich bin auch was hier. Kann ich da rein? Nein. Oh, fickt euch doch ins Knie. Fick dich. Ich will hier was haben. Aber anscheinend will das Spiel mir nichts geben. Bin ich am Ziel? Bin ich am Ziel? Ja. Huh. Boah. Knapp, knapp, knapp. Also, ich hab Super Mario Advance 2 gespielt, bin bald mit dem Projekt auch fertig und bald, mit dem bin ich auch bald fertig. Ähm, ich schwöre mal ein paar Leben. Kann ja, kann ja nicht immer, kann ja nicht schaden. Und. Oh, das sieht doch schön aus. Okay, Spaß. So, weiter. Weiter, weiter, weiter. Wieso muss es ein Scrolling-Level sein? Und noch Eis. Schlimmste, was mir passieren könnte. Ähm. Oh. Verdammte Kacke. Ich will mal echt Bärns Gesicht sehen, wenn er das gespielt hat. So ein bisschen. So ein erschrockenes Gesicht bestimmt. Boah. So. So. Okay. Keine Eisfläche mehr, zu Glück Scheiße, ich hätte warten müssen Okay, nochmal Fick dich Komm, Alter, komm, Alter Fortsetzen, ja Ob ich jetzt bänden würde? Niemals, Welt 6 Okay, diesen Part werde ich diese Welt schaffen Und will auch nicht wieder 30 Minuten lang brauchen Irgendwie das hier zu schaffen Die letzten Part Egal, ihr habt bestimmt Bei mir sehr viele Fates gesehen Für die Zuschauer, die irgendwie mögen Andere Schmerzen zuzufügen Oder irgendwie mögen, wenn andere Schmerzen haben War es bestimmt ein Genoss So 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 Okay Ähm Ach, ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwie Da oben gehen, aber Musste ich wohl nicht Hab ich es geschafft? Bitte Aber wenn jetzt an Lakito Lakito kommt Und So Ja, okay Sehr, sehr gut Sehr, sehr gut Preis Und Eine Wolke Die mir bestimmt nichts bringen wird Warte Eislevel Und das Keine gute Kombination Keine gute Kombination Ein Hammer Just what I needed Achso, das hätte Das hätte man hier gebrochen können Hier Hammer Warte, wo komme ich dann raus? Sehen wir uns mal an Hä? Warte, wo komme ich dann raus? Achso, okay Verstehe Verstehe Und hier Let's go What the fuck? Was ist das denn? Mario als kleiner Kind Ähm, als kleiner Schüler Das will ich mal mir ansehen Oder als Ritter Mario als Hammerbruder Mario als Hammerbruder Das ist echt eine geile Idee So, so Okay, komm So, so Ach, das wird Ich kann es jetzt schon sehen Es wird Die Hölle aufherden Es wird die Hölle aufherden Und so Komm nochmal Ich sehe es jetzt schon kommen Ich brauche mal eine Zeit hier Ey, willst du mich verarschen? Junge Mann Gib mir mal So eine Scheiße Warum spiele ich noch mit Tastatur? Boah Egal, komm Ach, ich sag auch noch Egal, komm Ach, komm jetzt Komm, komm Kein Bock mehr Komm Komm So Ja, fick dich ins Knie Mann Ich schwör auf alles Boah, ich brauche diesen komischen Mario Der ganze Zeit fliegen kann Der werde ich ganze Zeit rumfliegen Also über das Level Komm, wir haben jetzt ja nochmal die Chance Und gucken wir mal in der zweiten Truhe nach Okay Hammer, Bruder Mario Warte, ich will mal sehen, was diese Wolke mir bringt Sehen wir mal Ob ich damit irgendwie jetzt fliehen kann Was bringt mir diese verfickte Wolke? Ey, diese Scheißnoten Fickt euch doch ins Knie So, komm Wenn nicht, dann muss ich jetzt sowieso wieder schneiden Und dann zusammenfliegen Oh, komm jetzt Ich habe eine Idee Ich glaube, ich schneide das jetzt mal Oder Warte, ich versuche es noch einmal Wenn das jetzt nicht klappt Dann schneide ich es Weil Ich habe keinen Bock auf rumfels Ey, da rutscht die ganze Zeit weiter Okay Wir sehen uns gleich wieder Okay, es geht weiter Und Ich kann jetzt schon sagen Das Video wird Über 30 Minuten dauern Oder Scheiße Also Es wird Mehr als 30 Oder Genau auch 30 sein Geschafft Ja Puh Boah Verdammt Ich kann es dir irgendwie ahnen Oder 25 Vielleicht auch Vielleicht weniger Aber Sehen wir mal Oh, scheiße 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 Wir nutzen mal den hier Sehen wir uns mal an Wie der ist Scheiße Ähm Wieso habe ich das nicht gleich geahnt Oh, die Schlossmusik ist gruselig Kein Bock drauf Was zur Hölle Hä Okay, komm Gucken wir uns nochmal das an Das gleiche Problem nochmal Komm Ja, ich verstehe es Ich verstehe es Dass ich ein Nubiger Spieler bin Komm, 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 komm Und weiter nach oben Und holen uns mal Die letzte Truhe Die auch eine Soldatenmarue Irgendwie beinhaltet Was wollen die ganze Soldaten machen Wollen sie irgendwie Andeute machen Auf den dritten Weltkrieg Oder was Komm jetzt Ach, so eine Scheiß Verfickte Scheiß Ich verstehe es nicht Das ist so Unregelmäßig Warte Kann es sein, dass dieser Teil Den ich jetzt gerade auf GBA spiele Schwieriger ist Als der bei SNES Ich habe so langsam so ein Gefühl, dass es so ist Komm, fortsetzen Ich habe langsam so ein Gefühl Dass das so ist Egal, komm, Soldaten Mario Oder, nein Warum Soldaten Mario Komm, mein Bruder Mario Er teilt gerne seine Hämmer Und weiter Okay, nicht getroffen Und weiter geht's Äh, weiter geht's Äh, Paus Verdammt Ähm Ich war jetzt für einen kurzen Moment Sprachlos Was ich dazu sagen sollte Außer Fick dich Ja, genau das brauchst du Hoppuh Jetzt muss die ganze Scheiße Nochmal machen Bestimmt Sollen wir wetten Die ganze Scheiße Nochmal Ja Pilz Wo gehst du hin Ach komm Ich bring mich gleich um Das hat keinen Sinn in meinem Leben Komm, mach Feuer, bitte Bitte Okay, gut, gut, gut Ich habe jetzt für eine Äh, längere Zeit Pause Von dem hier Und hier rein Ach, ich dachte, ich wäre kurz Die Musik ist hinten stehen geblieben Nur ein Millischritt Hab ich nach vorne gemacht Und der hat mich getroffen Ach, ich bin so schlecht In diesem Spiel Wenn das noch nicht blind wäre Wenn das noch nicht blind wäre Wenn der Feuerball mich nicht in den Arsch gewummst hätte Und wenn ich nicht dieses Scheiß-Gemo vor meinen Augen hätte Boah Boah ey Boah Ich tick gleich aus, verdammte Scheiße Wir sehen uns gleich wieder Okay, es geht weiter Und Och, komm Ich muss mich hier treppen lassen Der ist der einzige Weg hier raus zu kommen Ähm, ja Ja, 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 ja Keine Kommentar zu der Kacke, was gerade passiert ist Komm her So Oh nein, nicht schon wieder Der fliegende Bastard Verdammt, ich hatte ihn fast getroffen Die Steine sind im Weg So Ja Jetzt kriege ich deinen Stein Dööö Dööö Ja, verdammt Level geschafft Jetzt kommt Die nächste Kacke Ja Beeil dich Speichern Ja Speichern Gut Was sieht uns diese Kacke an Was zur Hölle Ein Schiff Scheiße, jetzt kommt was Böses Eislevel sind böse Auf die hab ich keinen Bock mehr Die machen mein Leben nur schwerer und schwerer und schwerer und schwerer Und jetzt mach mal so Warte, wo führt mich das denn hin? Wo führt mich das denn hin? Und so Und? Was soll das sein? Das am Arsch der Welt Ah ok, komm weiter, weiter, weiter Ich mach jetzt mal so lange weiter, bis ich meine Laune irgendwie verliere Und dann beende ich den Part Dann geht's im nächsten Part weiter Und nicht schon wieder diese Drehkreise Ich glaub ich hab eine bessere Idee Ich hab eine bessere Idee Ich brauch jetzt eine Pause Das ist das Ende dieses Let's Ähm, dieses Let's Place Ist klar, ähm Dieses Part ist Wir sehen uns das nächste Mal Tschüss